So, Freedom 2 Level 20 Bloods Ember Forest Fortress Aber dann wäre das doch auf Deutsch bedeutet Wollte ich nicht die Gamma mit runterstellen? Sieht immer noch so aus, als wenn es immer noch so hell wäre Gamma... Ne, 1 Okay Wow Fängt der gut an Was, hallo? Scheiße, du Arsch Och, nö Oh Gott, ich weiß welches Level das sein soll Och nein Oh Gott, die Deputaten sind schon wieder alle hier rum Och Mann, Alter, ich will das nicht Oh Gott Oh Gott Ich meine, es ist ja alles schön offen, ja, aber Leider auch für die Gegner Ne, das aktive ich mal lieber noch nicht, ich kann auch noch was das macht Ich guck jetzt bei der anderen Seite Ja, war doch klar Hier sind überall ein paar kleine Fallen, na komm Danke Danke Ich guck noch einen richtigen, okay Was? Was war das? Achso, hier ist ungewöhnlich jetzt drin Ja, komm doch her Junge Dankeschön So, die Schalter öffnet irgendwas Aber nichts für uns, oder? Achso Oder wir können mal wieder rein Können wir? Ahja, wir können rein Let's save the game oh my god, ich wollte mich doch verarschen, kann ich da reinrennen? Geronimo! Aber du rufst schon mal nicht. Vielleicht ein bisschen langsamer. Das war schon wieder zu langsam. Auch wieder zu langsam. Muss man überhaupt rein? Ich hab keine Ahnung. Kann man überhaupt rein? Warte mal, hab ich jetzt gerade geguckt. Ne, man kann hier gar nicht rein. Wow, okay. Damit hat sich die Sache also auch geklärt. Da unten sind Pinkies. Hier waren falsche Schalter, oder? Ne, das sind keine Schalter. Auch keine Sequel. Muss ich da jetzt echt diese Kacklava da runter, oder was? Das mach ich ja echt ungerne. Oh Gott. Da könnte ich drauf springen, aber das Ding verletzt mich wahrscheinlich auch. Wisst ihr was? Nett Mishita. kinder. Fuck off. Ja. Oh, das wird noch einer. Ach, siehste, gab's das sowieso. Ha, lol. So. Wisst ihr was? Damit niemand hier rummeckert, ich bezahle für mein Cheaten. So, ab da davon. Achso. Dachte, ich war zu spät. Hä, wo ist das denn? Ah. Aha. Ach, schau, wie das ein nester Raum hier. Oha. Hä, Blue Key? Wo krieg ich denn jetzt schon jetzt Blue Key her? Ah, hab ich hier irgendwas übersehen? Ich bin lieber gefragt. Ah, klar. Ist das ja das doch nicht mehr auf? Hier ist doch gar nichts. Wo zum Fick sollen wir ziehen wollen? Wie herbekommen? Da hin, sagt der Weiße. Äh, hier wahrscheinlich. Aber sonst ist hier gar nichts. Oder hätte ich schon Feuer umfuhr abbiegen müssen. Ich meine ganz ehrlich, das macht aber auf keinen Sinn. Ah. So, ja, den hab ich jetzt vergessen. Sorry, tut mir leid. Aber dieser Schalter, wo du drücken musst. Hä? Das war also nicht das Secret. Ah, okay. Wow. Das erklärt denn dann einiges? Na, kommt mal her. Oh. 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 Hallo? Ich vertraue dem Gacken hier nicht. Ich hoffe, ihr wisst das. Danke. Oh, doch klar. Vor allem, dass wir auch ins Land schießen können, diese Art Flächer. Oh Mann, Alter. Fickt euch. Komm, mach her. Ich brauche einen Reiden, du Arsch. Das gibt's doch gar nicht hier. So ein Betrug ist das doch. Das bohrt ihr immer. Das geht immer rum und runter. Das ist doch gar nicht hier. Kratzen dunkel, ja. Was hat dieser Schalter jetzt gerade gemacht? Hallo? Hallo? Aha! Okay. Oh, nee, leck mich doch. Oh, Mann, der deckt mich wieder. Boah, Leute. Boah, Alter, man muss sich auch fast nicht jeden aufzusammeln. Wobei, ich könnte es gerade sogar gebrauchen. Ich kann die alle jetzt kommen werden. Danke. Danke. Oh, Alter, ich stehe, die Luftgeburt. Da ist ja auch noch einer. Boah, Alter, hat der mich gerade ein bisschen überrascht. Ach, ich hätte auch einfach rausfahren können, oder was? Guck mich doch. Da kommen wir nicht raus. Wir auch nicht raus. Oh, der Warnkopf. Okay, die Letter hatten wir bereits von da drüben geweubert. Gut, dann gehen wir mal jetzt hier weiter. Oh, Alter. Mann, diese scheiß Leichen. Ich könnte den locker abschießen können. Okay, muss ich mit angezückter Waffe laufen. Danke. Ach, Gott, schon wieder sowas. Labyrinth. Was ist das denn? Ah, bitte. War das klar, war das klar. Klar, war das klar. Klar, war das los, du ja. Der Eger, zum Glück habe ich aus Instinkt erstmal gleich auf die richtigen gezielt. Hau dir Mauli, Alter. Hab sie doch alle nicht mehr, alle... Hä? Kein Secret? Die Arschlöcher. Die Geschichte bringt auch nichts. Echt schade und so. Äh, hallo? Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah ja, dabei. So, da hat das was Gelbes. Gibt es hier noch irgendwas, außer dem Teleporter? Sehr gut, gibt es hier schon mal keinen. Mal gucken, wo der Teleporter uns hinführt. Wow. Oh, ah. Hä? Hallo? Ach, hier geht weiter. Oh, nein. Oh, nein. Oh, das war echt der beste Moment, um nachzudenken. Wow, geil, das ist gut. Oh, oh. Ich bin doch gleich überall hin, Junge. Oh, nein. Oh, nein. Woah, woah, woah. Okay. Ja, die gibt's schon einen. Ganz richtig? Ja. Immer diese Schalter, wo man nicht weiß, was sie machen. Hier ist er. Ach! Oh, jetzt sind wir schon wieder alle? Jetzt noch? Ah! Okay. Interessant. Das geht immer auf einen Warten. Weißt du? Jetzt wirst du angeschossen, Herz rausgerissen. Weißt du, mit einem riesigen Pumpgun hier erst mal 20 cm Loch in die Brust gerissen. Du trägst noch die Shotgun und wartest mit diesem riesen Loch, wo du quasi schon komplett unterblutet bist. Du hast also praktisch ein Blutgehalt von minus 3 Liter. Stehst du da noch 20 Jahre, bis er irgendwann als alter Mann rein zufällig nochmal lieber um den Weg läuft und dann... Puh, puh, bäh. Ernsthaft? Also ich meine, ich finde diese Feature, dass sie da stehen bleiben oder sitzen bleiben oder was auch immer die da machen, ja gar nicht mal so verkehrt. Ich finde es wohl relativ geil. Aber bitte mit einem maximalen Timer. Dass man einfach sagt, ja okay, die bleiben da so lange, bis man wieder vorbeikommt, aber maximal eine Minute oder zwei Minuten, weil dann ist man vermutet. Keine Muster. Lol, Alter. Und wenn man von so kommt, ist das das christliche Zeichen, das ist ein Echsenzeichen und das ist das Zeichen für Satan und alles andere. Was steht denn hier eigentlich rum, Mann? Komm. Hä? Ich war doch gerade gar nicht... Alter, ich war doch gerade gar nicht unten bei Lava-Trenner, du Arsch. Hä? Die gibt's doch gar nicht. Wieso kann der mich von daraus abschießen? Arschloch. Boah. Was? Wie wo? Gut, wo kann ich jetzt ordentlich daraus abschießen? Ohne jetzt Lava zu fallen? Wer kommt denn da, kommt der her? So, ja, alles klar. Hallo, Antraben. Oh, ich bin da ein Flügel für. Hier, 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 hier. Oder bin ich doch in die Lava gelatscht? Ah, ja. Ich würde da zurückgleiten nach dem... nach dem Schuss wahrscheinlich. Fuck. Danke. So. So. Fuck. Ah, sieht nicht verkehrt aus. Wäre zwar noch geiler, wenn ich die so runterlaufen würde, und dann hier so, aber so geht's auch. Aber vor allen Dingen hier diese Dinger, die hätte man einfach glatt durchziehen können. Sie sind ja hier in der Schiegekrieg beim MyTest. Wo man alles eckig machen muss. Wegenweil ist... Is not the bug, is the feature. Hast du den wohl so gedacht, Junge? Du weißt, weil ich bin zwar schreckhaft, aber wenn ich erschrecke, dann ist der Raffinat. Okay. Ey, doch woanders. Hast du jetzt noch was geöffnet? Keine Secret oder so? Nee, ne? Und da kamen wir? Nee. Hat sich nichts weiter geöffnet. Schade. Was mache ich denn hier? Ah, da kommt mal alle her. Ah, jetzt kann ich die Tür auch aufmachen. Ah, nee, aber jetzt scheiße. Oh, nee, aber jetzt kann ich dir das. Oh. 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 oh Gott ich komme gerade ehrlich hier nein hier was ich schlafe doch locker dran vorbei ich habe nicht gespeichert leck mich ich habe nicht amos ich habe nicht gespeichert So. geht doch meine fresse jetzt wieder alles aufsammeln hier war noch ein bisschen was, hier war noch, ach da oh ja, die 3-4-2 auch, aber das geht noch gut, die haben wir ansonsten noch irgendwo habe ich gerade noch scharfe Munition irgendwo? Alter, ich habe so einen Cooldampf mein Mahncode schon hier, mhm, verrückt gut wie viele Gegner haben wir noch? naja, 14 wow, schicke Waffe, gefällt mir sagt mir aber gleichzeitig auch, dass hier gerade noch irgendwie stärkere Gegner reinkommen und so wie ich das gerne, kann das ja eigentlich nur Server-Demon sein oder was bei der Master-Mine ich hoffe keins von beiden ich schicke aber trotzdem schon mal meine Plasma-Waffe wenn die schon so bereit, wo die drum liegt ähm, ah ich habe Angst hä? ah, wow, ich darüber geh nicht leck mich oder mache ich ihn kalt? oh, guck mal, ist ehrlich, auch nicht vielleicht deswegen nicht ja, siehste man muss da quasi rüberlaufen weil, wenn ich dann dieses Ding da aktiviere, ich kann quasi nur, wenn ich wirklich rüberlaufe ist natürlich eine relativ witzige Fehl-Implementierung dadurch kann man natürlich, dass so wie ich das mache umgehen und zwar ohne es selber zu wollen gut, jetzt habe ich den Blauschiefer-Kart bekommen oder was habe ich gerade bekommen? äh, you got the assembled weapon, you got the red car key card also jetzt die blaue Karte mit der müssen wir ach so, da war gleich eine Tür hier irgendwo hä? da hä? muss ich jetzt mal aus? wow, muss ich, geht wieder lang ach man, alter hallo? hä? ich stehe da wohl fast, was ich machen muss ja, wie, habe ich irgendeinen Schalt übersehen? oder muss ich mich doch mit dem Cyber-Daman anlegen? wahrscheinlich na, super hey, Momentchen mal, da ist was ach so, die Fakke hier ah gut dann lege ich mich, glaube ich, mit dem Cyber-Daman an waren doch nicht äh nein, das wollte ich gerade nicht ich dachte, dieses Ding hat auch ein Visier also hier so ein Ransum-Visier, die Quäbungsseller wisst ihr schon, was sind meine? ok 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 so, wir haben fünftig vom Hauk so, wir haben erst die Waffe hier, da kriegen wir, oh, da kriegen wir auch 100 wow, ok ok, heißt das, ich habe noch 100 Schuss gekriegt so, tut sich jetzt umfass, oder? nein, nein, irgendwie gar nichts muss ich da jetzt reinschießen, oder was? witzig, 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 achso, erstmal hier noch nachladen die Frage ist, sollte ich das jetzt hier schon mitlegen, oder sollte ich das lieber erstmal hier liegen lassen? ich lasse es erstmal hier liegen das vielleicht brauchen wir ja nochmal in der Etz-Versteckung von Wasser hier die Frage ist, wie gesagt, wie es jetzt weitergeht, ne? die Frage ist, wie gerne aussen... Ich bin verwirrt Ist hier irgendwo was rotes, was in der Kräfte noch einwandern muss? Dahinter ist noch ein Gebäude So krass, wie komme ich da hin? Da ist doch irgendwas! Ach so, ne, jetzt ist der Raum, wo ich gekommen bin Hä? Schöne Watt, Ballerei Bringt es aber nicht weiter Ah! Das macht jetzt schon mehr Sinn Das macht jetzt schon mehr Sinn Weißt du, was kommt weg mit deinem Arsch? Wie viel durch? Da müssen die schon wieder so viel Lava wackeln Oha! Oha! Was? Hä? Ah! Okay! Okay, hier geht es weiter Mal gucken, was da kommt Wow! Genau! Ich darf auch noch direkt rein Oha! Gut, jetzt aus jetzt hier! Gott! Gott! Dammit! Nein! Gott! zum mal! Kannst du denn dreimal! Lecko mio! Na komm, mach ich dann. Keine Chance. Oh, ist immer das gleiche. In dem Moment, bevor natürlich ein Gegner gestirbt, schießt natürlich genau hinter ihm Das ist immer das gleiche, schießt natürliche, dass wir das gleiche machen 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 machen. 20 versuche ich kann das nicht angehen zurück also schon wieder so ein ding wo man nicht zurück kann ich hab doch das ding sogar noch gesehen und läuft sogar wieder einfach nach rechts da mal die scheiße kann man nicht zielen Danke! Goddammit! Gibt's doch ja nicht! Ah, jetzt sehe ich keinen Weg zurück. Oh, dann gehe ich auf den Teleporter. Ah, jetzt sehe ich keinen Weg zurück. Ah, jetzt sehe ich keinen Weg zurück. Leute, ich würde gerne noch eine extra Runde schieben. Ich muss nicht so einsammeln. Ah! Wo bin ich denn? Gott, ich bin ja ganz woanders hier aus der Karte gelandet. Kann er hier nicht angehen? Gibt's doch den Teleporter zurück? Ne. Und von der Seite? Auch Ziel. Fakt. Ähm... Ne, jetzt ist kein Teleporter. Stimmt, ich bin nicht auf der anderen Seite. Jetzt gibt's doch gar nicht viel Schluss zurück. Na, egal, komm. Ich glaube jetzt nicht extra noch mal die Munition da holen. Jetzt ist mir einfach so etwas raus. Puh, das ist schon mal. So, in dem Sinne, schauen wir mal.